Um das geht es heute und zwar die Anker Portable Power Station. Da kriegt ihr einiges aufs Auge. Interessant, ich habe mir schon die komplette Ladestation gebaut und das Ding an die Wand gehangen. Denn meine Solarzellen, die hängen hier unten außerhalb des Fensters. Das hier ist eine Balkon-Inselanlage. Sehr cool, wir schauen uns an, wieso und warum habe ich das gemacht. Diese Anker Power Bank, die hat was drauf. Die hat Lithium-Po4, besser als Lithium-Ionen. Claim von Anker, 3000 Mal kann man das Ding aufladen, ist 80% besser als die kompetitiven Konkurrenzveranstaltungen. Nach den Claims von Anker hält diese Power Bank 80% länger als die Konkurrenz. Heißt 3000 Mal aufladen, Wahnsinn. In anderthalb Stunden soll das Ding auch auf 80% hochgeprügelt werden. Das heißt, Schnellladefunktion ist theoretisch vorhanden. Ihr habt USB-C. Wozu ist USB-C gut? Ja, nicht nur für eure Portable Devices, sondern ihr könnt per USB-C zum Beispiel diesen Lötkolben hier anstecken. Den stecke ich hier immer mit einem Kabel an und dann kann ich hier einfach herumlöten und das Ding befeuert mir meinen USB-C-Lötkolben, den ich schon öfters gezeigt habe. Oder ihr baut sowas. Ihr habt Steckdose, Carsocket und könnt dann zum Beispiel eine Inselbalkonanlage betreiben. Und ich lade sogar diese Kamera, die ihr seht, mit einer anderen Power Bank über dieses Stromkabel direkt aus dieser Anker-Anlage. What? Werden wir gleich sehen. Warum wollte ich Anker haben? Anker ist so bekannt. Wow. Also gibt es nicht nur Kontroverse, sondern Anker steht auch da als die Nummer 1 Charging Brand. In 146 Ländern mit mehr als 200 Millionen Geräten und was auch immer. Anker ist eben eine der Marken, die Marke für Ladegeräte. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Einschalter meine Station einschalte, dann wird hier Strom durchgefahren. Wupp, 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 wupp. Dann kann ich hier drauf gehen und kann sagen, ich schalte jetzt zum Beispiel das ein. Und das ist jetzt Strom, der nur von der Sonne genatzt wird. Bei jetzigem Stand 7,7 Stunden. Wir sind 74% geladen. Wir laden das Ding mit 33 Watt und entladen mit 13 Watt. Was habe ich gemacht, um diese extrem geile Inselanlage hinzubasteln? Ich habe mir einfach einen Steckdosenadapter geholt, eine Multi-Steckdose mit USB, mehrere Geräte in Reihe geschalten und ein kleines Lämpchen. Und dann habe ich hier quasi meine eigene, wunderschöne, sexy Ladestation. Diese Kamera, die ihr gerade seht, die ist low on power, dann stecke ich die ein. Tada! Und jetzt zieht die auch noch von hier. Dann schauen wir uns mal aufs Display, wie viel wird denn da gezogen? Jetzt werden 112 Watt gezogen. Bei dieser Ladekapazität würde das Ding zwar nur noch 19 Stunden laden, nur noch 1,9 Stunden laden, aber so lange braucht das Ganze nicht, denn wir laden diese Powerbank mit 32 Watt und entladen sie mit 112. Und damit kann ich jetzt perfekt immer wieder laden. Das heißt, jeden Akku, jedes Ding, jeden Lötkolben, jeden Heißkleber. Hier ist meine Arbeitsstation, das mache ich spontan und die Sonne lädt es mir auf, weil ich muss ja nicht jeden Tag was heißklebern oder jeden Tag durchgehend meine Mikrofone und Funkakkus aufladen. Und wer das mal sehen will, hier, seht ihr das? Das sind meine Solarzellen. Die habe ich jetzt hier außen dran getackert an dem Balkon. Und da leben die jetzt. Die Energie kommt direkt von draußen, geht in die Power-Ladestation und ich kann sie hintransferieren, wo ich will. Ob ich jetzt mal in Dremel oder was auch immer anstecken will. Stecken es an, vorhin in Dremel. Yes. Das Ding hält auch höherlastige Geräte aus. Ich habe gezogen bis jetzt maximal 200 Watt. Könnte man vielleicht sogar eine Mikrowelle betreiben oder einen kleinen Server. Wenn man jetzt sagt, man hat einen Strom sparen 40, 50 Watt Server, könnte man diesen Mini-Server Raspberry Pi Home Automation. Wenn wir jetzt sagen, wir ziehen konstant 13 Watt, ziehen wir doch mal ein bisschen mehr. Wir ziehen jetzt 20 von 21 Watt. Von 73 auf 100 Prozent bräuchte ich diese 8,5 Stunden, weil wir von der Ladeleistung her 1, 2 Watt weniger ziehen, als wir reinbekommen. Was aber heißt, dass das Ding durchhält, sogar ziemlich gut durchhält, das heißt, das Gerät würde jetzt ungefähr 8 Stunden brauchen, um vollzuladen. Wenn ihr also zum Beispiel Piraten-Sendern, Autarken fahren wollt oder irgendwas super lustiges, was halt 24 Stunden laufen soll, aber unabhängig vom Stromnetz fahren soll, damit könnt ihr das auf jeden Fall machen. Und dank der speziellen Akkutechnologie, keine blöden Lithium-Ionen, hält das Ding auch länger, 3000 Mal aufladen. Wenn das Ding durchläuft und lädt, 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 lädt und das jeden Tag, dann sind wir 8 Jahre lang dabei. Das ist also 24,7 Betriebe, das ist gut. Und dann haben wir noch 80 Prozent Charging Power. Das heißt, dieses Setup könnte bestimmt 10, 20 Jahre auf dieser Akkutechnologie einfach weiterlaufen, ohne dass irgendwelche Einbußen in der Funktion von so einem kleinen Mini-System zu sehen wären.